Hallo meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler, willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Drath und komme zu euch wie immer aus dem schönen Teutoboger Wald. Wenn ihr wissen möchtet, was ich in den letzten Wochen so gestrickt und Strickiges gelesen habe, dann bleibt doch ganz einfach dran. Gleich geht's los. Und da bin ich auch schon wieder zurück in der Hobby-Ecke und habe endlich mal Zeit, an einem regnerischen November-Tag einen neuen Podcast für euch aufzunehmen. Und an der Stelle möchte ich mich einmal gerne bei euch bedanken für eure Geduld, dass ihr immer so lange auf meine Videos wartet und doch trotzdem immer wieder zahlreich einschaltet und mir bei meinen Strickabenteuern über die Schulter schaut. Im letzten Video habe ich euch ja schon so ein bisschen angeteasert mit ganz vielen Pullovern, die ich Anfang des Jahres gestrickt hatte. Und die zeige ich euch heute ganz gerne, wobei ich zeige euch nicht alle, weil es sind doch ein bisschen mehr geworden, als ich gedacht hätte. Aber ich habe drei schöne Modelle ausgesucht und berichte euch natürlich über die Projekte, die ich im letzten Podcast angestrickt habe. Ich muss euch aber auch sagen, dass ich in letzter Zeit wirklich wenig Lust auf Stricken hatte. Ich habe so richtig meinen Strick-Mojo verloren für eine ganze Weile. Und habe mich dann aber erst mit Hendricks Socken, die er zu Weihnachten bekommen soll, wieder so ein bisschen ans Stricken herangetastet. Aber so richtig will der Funke immer noch nicht überspringen. Deswegen stricke ich so ganz entspannt an Hendricks Socke. Das ist noch relativ reizarm. Aber so langsam kribbelt es wieder in meinen Fingern und ich bekomme immer mehr Lust, wieder neue Stricksachen anzuschlagen. Aber das passiert natürlich erst, wenn ich den Cardigan des Grauens hinter mir habe. Was genau das für ein Cardigan ist, das zeige ich euch natürlich in dieser Folge. Also meine Lieben, macht es euch richtig bequem. Holt euch was Nettes zu trinken, was Schönes zum Stricken oder Häkeln oder was auch immer ihr gerne handarbeitet. Denn ich habe heute eine große Folge für euch. Und los geht's mit der Pulli-Parade. Und los geht's mit der Pulli-Parade. Und los geht's mit der Pulli-Parade. Bis zum nächsten Mal. 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 Und glücklicherweise hatte ich noch ganz viel Garn, das, oh Wunder, dazu gepasst hat zu diesem Projekt. Und so habe ich mir dann eben nur die Anleitung von ihr gekauft und habe dann direkt drauf losgestrickt. Und jetzt ist er auch schon eine ganze Weile fertig und auch die Enden, die Fadenenden sind vernäht. Und ich merke jetzt auch gerade schon, dass der Pullover doch ganz schön schwer ist, obwohl er super luftig aussieht. Und das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, dass er ziemlich warm hält, das kann ich schon mal sagen. Aber durch dieses Lesmuster eben so wunderbar luftig leicht aussieht. Und ich glaube, in der helleren Farbe würde er noch zarter wirken. Und ich habe mir immer überlegt, ob ich vielleicht doch nochmal eine schöne Kombination finde in einem helleren Ton und den Salty Day Sweater dann nochmal stricke. Bei der Garenauswahl habe ich mich jetzt für das Sandness Garn Sunday entschieden in der Farbe 8521 und für das Sandness Tin Silk Mohair auch in der Farbe 8521. Das ergibt insgesamt ein Decay-Gewicht, das mit einer 3 bis 5 mm Nadelstärke gestrickt wird. Also die Bündchen habe ich in einer 3 mm Nadel gestrickt und das Muster und die Zöpfe dann mit der 5 mm Nadel. Ich habe mich für Größe S entschieden und das Besondere auch bei Veronika Lindbergs Strickanleitung ist, dass sie sehr größeninklusiv daherkommt. Also ihr könnt den Pullover mit bis zu einer fertigen Brustweite von ich glaube 197 cm stricken. Also das ist schon ganz schön ordentlich. Finde ich auch sehr schön, dass sie das da so berücksichtigt und auch ganz viele große Größen anbietet. Ja, die Konstruktion ist auch wieder ganz besonders. Ihr seht es hier hinten schon an diesen, ja, zurückgestellten Schulternähten, würde ich es fast mal sagen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber die sind hier hinten so ein bisschen überschnitten dargestellt. Und es war schon ein ganz großes Abenteuer, diesen Pullover zu stricken, aber es hat auch unheimlich süchtig gemacht. Erstmal hat man eine relativ dicke Nadel und ein relativ dickes Garn, weil man das normale Sande habe ich jetzt doppelt gehalten. Man hätte wahrscheinlich auch ein anderes Decay-Garn hernehmen können von Sandnis und mit Mohair kombinieren. Aber ja, es ging super schnell. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Man hat erst den hinteren Teil, glaube ich, gestrickt, dann den vorderen Teil. Irgendwann hat man sich dann wieder hier in der Runde getroffen und hat dann dieses wunderschöne Lace gestrickt. Die Zöpfe, das ging alles wunderbar schnell. Also den Pullover, den habe ich bestimmt innerhalb von zwei Wochen fertig gehabt, neben meiner ganz normalen Arbeit halt immer abends gestrickt. Aber das war wirklich ein richtiges Spaßprojekt, weil es eben auch so abwechslungsreich ist. Und wenn ihr den so seht, der sieht wirklich richtig fluffig aus und richtig schön vom Muster her. Aber ich habe gerade schon gesagt, man merkt doch das Gewicht ganz schön und das merkt man auch beim Tragen. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen vom Stricken weggekommen, weil ich dieses Gefühl mit dem Mohair nicht mehr mochte. Ich habe ja noch einen anderen Cardigan angeschlagen, auch wieder mit Mohair. Aber irgendwie war mir dann irgendwann nicht mehr nach diesem Feeling mit der normalen Merino-Wolle und dem Mohair zusammen. Ich weiß auch nicht, da war ich ein bisschen empfindlich in der Zwischenzeit und ja, dann fand ich die Kombi mit Mohair fahren irgendwie nicht mehr ganz so spannend. Und ja, dann ist mein Strickmojo so ein bisschen flöten gegangen. Ich kann mich nur wiederholen, indem ich sage, ich finde es wirklich super schön, aber es ist auch ganz schön schwer. Und ich habe durch Zufall eine etwas leichtere, luftigere Variante gefunden. Und zwar ist das auch ein Modell von Sanfisgan, der heißt, glaube ich, Lohzwetter und wird, glaube ich, in einem Sportgewicht gestrickt. Man kann es natürlich auch wieder mit Mohair kombinieren. Aber auch hier haben wir schöne Zopfmuster und schöne Lace-Muster, aber der Pullover wirkt in sich etwas leichter. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ist das auch in einer helleren Farbe gestrickt. Und das finde ich natürlich auch sehr, sehr schön. Ich hatte mir das Strickheft dazu bestellt. Ich glaube, ich hatte es in einem Online-Shop tatsächlich noch gefunden. Ihr könnt es auch bei Ravelry finden. Und hier in der Ravelry-App, die ihr neben mir sehen könnt, seht ihr, glaube ich, auch die, zumindest die Projektseite zu diesem schönen Pullover. Wo man diese Anleitung jetzt noch alternativ herbekommen kann, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, ich habe eins der letzten Exemplare ergattert in einem Webshop. Aber vielleicht habt ihr Glück, wenn ihr euch nochmal auf die Suche begebt und findet das schöne Teil. In meinem letzten Podcast wurde ich auch von einigen von euch gefragt, was das denn wohl für eine Internetseite ist, die ich euch hier immer einblende, um euch die Projektseiten zu zeigen. Das ist die Ravelry-App. Die habe ich euch, glaube ich, schon mal in irgendeinem Vlog so nebenbei erwähnt. Und mit dieser App könnt ihr auf euren Ravelry-Account zugreifen. Und ich finde persönlich, dass diese App ein bisschen übersichtlicher ist als die Web-Version von Ravelry. Und wie gesagt, mit euren ganz normalen Zugangsdaten könnt ihr euch dort anmelden. Die Navigation ist für mein Empfinden ein bisschen einfacher und übersichtlicher. Die App ist aber auch nicht kostenlos. Als ich mir die runtergeladen habe, hat die, glaube ich, 5 Euro gekostet oder so. Ich benutze sie wirklich oft und bin sehr froh, dass ich sie habe. Von daher hat sich diese Investition für mich gelohnt. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber das ist eben die App, die sich hinter dieser Abbildung immer versteckt. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Ich mache jetzt hier übrigens kostenlose Werbung. Ich habe keine Kooperation mit Ravelry oder so, sondern ich finde die App einfach wunderbar. Und vielleicht erleichtert das für die einen oder den anderen von euch ja den Zugang zu schönen Strickdesigns. Oder eben, wenn ihr ein bestimmtes Garn zu Hause habt und keine Ahnung habt, was ihr damit machen sollt, dann könnt ihr auch bei der Garnsuche dieses Garn auswählen und bekommt dann Projekte oder Anleitungen, die mit diesem Garn hergestellt wurden. Aber ja, das ist erstmal der schöne, wunderschöne Soldi-Day-Sweater. Und der passt ja farblich jetzt irgendwie auch ganz wunderbar hier zu meinem Tiddersweater, den ich heute anhabe. Den kennt ihr ja auch schon. Den habe ich ja schon vor ein paar Jahren sogar, würde ich fast sagen, fertig gestrickt. Ja, der hat auch wunderbar Spaß gemacht. Ja, und die Farben passen gerade wirklich super zusammen. Fällt mir gerade auf. Aber das soll es erstmal sein zum Soldi-Day-Sweater von Veronika Lindberg. Bis zum nächsten Mal. 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 die Andrea Murray kennen. Die kennen natürlich auch ihren Bestseller, den Metamorphic-Sweater. Diesen Pullover habe ich, glaube ich, ich will nicht lügen, aber bestimmt schon anderthalb Jahre auf den Nadeln gehabt. Und habe mich jetzt Anfang diesen Jahres endlich mal dazu entschlossen, dieses Teil fertig zu stricken. Es war wirklich gar nicht mehr viel zu machen, nur noch die Ärmel rausstricken, die Bündchen und die Fäden vernähen. Das war es eigentlich schon, aber irgendwie bin ich auch so ein bisschen wieder davon abgekommen, um diesen Pullover fertig zu stricken, aber jetzt ist er endlich soweit. Und ich habe ihn auch gerne an, aber ich habe ihn auch gerne an, aber es gibt einen kleinen Haken an diesem Pullover. Zu dem Haken kommen wir gleich. Ich erzähle euch erstmal, was ich so für Garn verwendet habe. Die Hauptfarbe war in diesem Fall das Ito Sokosho Garn in der Farbe Top Grey. Das ist die 970. Das ist ein Sportweight Garn, hat eine Lauflänge von 175 Metern auf 50 Gramm und fühlt sich so auch, ja, jetzt nicht butterweich wie Merino an, aber doch schon sehr angenehm an der Hand und vor allen Dingen auf der Haut. Das trage ich wirklich sehr gerne und die Kontrastfarbe ist ein schönes Farbverlaufsgarn von Spin Cycle. Das ist das Garngewicht Died in the Wool, das ist deren Sportgewicht und ich habe mich für den Farbverlauf Deep Bump entschieden, aber bei Farbverlaufsgarn wisst ihr sicherlich auch ganz gut, falls ihr schon mal damit gearbeitet habt. Der Verlauf, der ist nicht immer sehr zuverlässig. Bei mir kam es jetzt durch Zufall ganz gut hin, aber ich habe gleich noch einen anderen Pullover, wo ich auch wieder Farbverlaufsgarn verwendet habe. Und da sieht man die Unterschiede doch schon sehr, die bei Spin Cycle Garn auftreten kann, aber das ist nun mal das Risiko, mit dem man leben muss als Strickerin oder als Stricker, wenn man dieses Garn verwendet. Aber das macht eben auch den Reiz aus, diese Farbverläufe einzubauen und sich auch so ein bisschen überraschen zu lassen, was da vielleicht noch so dann auf der Nadel landet an Farbe. Der weiteste Brustumfang, den man so ungefähr stricken kann in diesem Projekt, sind 164 Zentimeter. Das ist dann auch die größte Größe, die Andrea Mori anbietet. Ich habe mich jetzt hier für Größe 2 entschieden. Und ihr könnt ja auch schon sehen, dass der Pullover ein Kraus-Links-Muster hat. Natürlich strickt man nicht die ganze Zeit Kraus-Links, da würde man ja irre werden, also ich würde irre werden und es würde bei mir Ewigkeiten dauern. Nein, Andrea Mori sagt schon, dass man eben mit dem Bündchen beginnen soll und das Ganze dann umdreht und nur rechts strickt. Das ist natürlich sehr komfortabel und geht dann natürlich auch relativ schnell von der Hand. Man hat hier in der Mitte dann immer eine abgehobene Masche, die man immer nur dann mit strickt, wenn man auch gerade die Hauptfarbe strickt. Dadurch kommt dann eben dieser Versatz hier zur Geltung, finde ich wirklich ein schönes Detail, das sich hier an den Ärmel nochmal wiederholt und auch auf der Rückseite. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Ganze auch hier innen weiter zu strecken, weil ich das Gefühl hatte, das könnte mich nachher beim Tragen stören. Ich finde es jetzt auch gar nicht dramatisch, dass das fehlt. Natürlich sieht man dann hier ausgerechnet innen drin so ein ganz klein bisschen den Übergang, wenn man ganz genau auf die Details achtet von diesem Pullover. Aber ansonsten ist es wirklich ein schönes Modell geworden. Das Einzige, was mich stört und was ich ein wenig überlesen hatte, weil ich einfach so lange nicht mehr an dem Pullover gearbeitet hatte, war, dass Andrea Mowry empfiehlt, eben eine Nadelstärke höher zu gehen, wenn man den Ärmel strickt, weil der Ärmel sonst unter Umständen relativ eng werden könnte. Und ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, weil der Pullover einfach so lange bei mir gelegen hat. Ich habe einfach weiter drauf losgestrickt und ja, habe dann eben überlesen, dass man doch vielleicht eine Nadelstärke höher gehen könnte. Naja, sei es drum, es passt trotzdem noch ganz gut. Es ist schon an der Grenze zur Wurstpelle, aber ich überlege mir, ob ich den vielleicht nochmal so ein bisschen dämpfe, zumindest die Ärmel, um da vielleicht noch ein, zwei Millimeter rauszuholen, weil die Ärmel an sich sind bei mir überlang. Das mag ich eigentlich ganz gerne und wenn ich daran denke, stricke ich die Ärmel auch immer extra lang. Und diesmal habe ich es eben auch so gemacht und ich hoffe einfach, dass ich durchs Dämpfen vielleicht noch den ein oder anderen Millimeter rausholen kann, damit das nachher am Ärmel dann auch etwas lockerer sitzt. Ansonsten freut es mich natürlich, dass das Verlaufsgarn in diesem Pullover so schön zur Geltung kommt und dadurch wird jeder Pullover natürlich auch ein Unikat, je nachdem, welches Verlaufsgarn man verwendet, ob man sich jetzt für Spin Cycle entscheidet oder für die schönen Verlaufsgarn von Schoppelwolle zum Beispiel. Da gibt es ja zum Beispiel das Edition 3, das in sehr vielen, sehr schönen Farbverläufen daherkommt, wobei gerade bei Schoppelwolle die Farbverläufe auch sehr kurz sein können, also dass man ganz viele verschiedene Farben in relativ kurzer Zeit zu Gesicht bekommt im Strickbild. Aber ja, wie gesagt, das Angebot ist groß und es wird immer größer, weil ja auch gerade Farbverlauf in den letzten Jahren bei uns recht populär war. Ja, das ist also der endlich fertiggestellte Metamorphic Sweater von Andrea Murray. Ja, meine Lieben, und jetzt kommt nochmal ein richtiger Farbkracher hier auf unseren Bügel und zwar ist das der Koi-Wua Sweater von Boyland Knitworks. Ihr kennt sie vielleicht auch unter ihrem Namen, Caitlin Hunter. Und ja, dieses Modell hat es mir auch vor ein paar Jahren schon den Atem geraubt, als ich diese wunderschönen Federmustern hier oben gesehen hatte. Und auch hier unten dieses wunderschöne Muster und auch die Ärmelkonstruktion, die ein bisschen, ja, an ein so mittelalterliches Kleid erinnern, wo die Stoffe am Ärmel so zusammengerafft wurden. Und genau diesen Eindruck hat man eben auch bei diesem wunderschönen Koi-Wua Sweater. Auch das hier hat wieder süchtig gemacht. Also ich bin ja sowieso so ein Colorwork-Suchti, muss mich jetzt mal outen an dieser Stelle und habe einfach riesig Spaß am Colorwork-Stricken. Und ja, es ist einfach wunderbar entspannend für mich, einfach dem Chart zu folgen und dann dem Farbenspiel zuzuschauen, wie es sich so auf meinen Nadeln dann ergibt. Und ihr habt wahrscheinlich schon geraten und ja, berichtig geraten, wenn ihr dachtet, dass ich hier auch wieder Spin-Cycle verwendet habe. Das hier ist aber die dickere Variante. Mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt. Irgendwas mit American, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es nicht Died in the Wool, sondern die schwerere Stärke. Und ihr seht schon, wir haben hier ganz viele Herbstfarben eingefangen. Mit Goldtönen, mit Rostrot, mit ein bisschen Grün und Blau dazwischen. Und außerdem gibt es auch noch so ein bisschen Struktur hier oben. Ja, wunderbar, finde ich das. Und hier, diesmal ist es tatsächlich gewollt, dass sich der Ärmel an dieser Colorwork-Stelle ein bisschen enger um den Arm legt, einfach damit man hier nochmal diesen Flair nach außen hat. Hier werden natürlich auch noch ein paar Maschen zugenommen, um diesen Flair nach außen ein bisschen zu drastifizieren, würde ich fast sagen. Und hier unten gibt es dann nochmal eine wunderschöne Passe mit Colorwork und einem I-Cord-Bind-Off. Und wie ihr schon sehen könnt, ja, sind das hier entfernte Verwandte, was die Farben angeht. Aber das, finde ich, stört mich jetzt an der Stelle überhaupt nicht, weil ja der gesamte Pullover relativ bunt ist auf dieser ganz, ganz hellen Hintergrundfarbe. Die Hintergrundfarbe ist ein Knitting for Olive Heavy Merino gewesen. Das mit einer relativ kleinen Nadel tatsächlich gestrickt wurde. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es eine 4 oder eine 4,5er Nadel war. Ich schreibe es euch auf jeden Fall mal hier in die Bauchbinde, dann könnt ihr nachlesen, was ich genau verwendet habe. Aber es ist dadurch ein relativ steifer Pullover geworden und ein sehr kuscheliger Pullover obendrein. Das kann ich euch versprechen. Aber von dem Gewicht her passt es eben auch gut zu dem anderen Spin-Zeige-Garn. Und ja, das ergänzt sich somit wunderbar. An der Konstruktion habe ich nichts verändert. Wie gesagt, man fängt hier oben wieder mit der Rundpasse an, strickt sich dann seinen Weg hier durch das wunderschöne Colorwork und hat dann hier nochmal ein bisschen Struktur. Und hierfür habe ich tatsächlich dann einen Strang verwendet für dieses Teil. Für diesen Bereich hier unten habe ich einen neuen Strang verwendet. Und auch für die Ärmel habe ich dann jeweils nochmal, also nicht jeweils zusammengefasst, nochmal ein Knäuel von Spin-Zeige verwendet. Also brauchte ich am Ende drei von diesen wunderbaren Farbverlaufs-Garnen. Und was mich eine liebe Zuschauerin schon ganz dramatisch gefragt hat, oh Gott, Sarah, wie willst du den Pullover dann nachher waschen oder blocken? Hast du keine Angst, dass dir die Farbe ausblutet auf dieses wunderschöne helle Garn? Und ich hatte zwischendurch schon ein bisschen Angst. Und ich habe auch bei der Handwäsche Farbfangschutztücher mit in meinen Kessel gegeben, als ich den Pullover ja so ein bisschen gewaschen hatte. Ich habe ihn auch nicht sehr doll manipuliert, also mit Auswringen und ins Wasser tauchen und was auch immer. Also ich habe es wirklich versucht, ganz sanft zu waschen, damit hier auch kein Farbtransfer passiert. Und glücklicherweise ist alles gut gegangen. Ja, falls ihr auch mal in die Verlegenheit kommen solltet, so ein schönes, buntes Verlaufs-Garn auf einen hellen Hintergrund bringen zu wollen, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass ihr das Garn vorher einfach wascht. Und es so schon mal ein bisschen ausbluten lasst, wenn es auf Strang ist. Wenn ihr einen Knäuel habt, könnt ihr natürlich das Knäuel auch, wenn ihr euch die Arbeit machen wollt, auf einen Strang wickeln und dann waschen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wenn ihr nicht so risikofreudig seid wie ich. Bei mir ist es jetzt zum Glück gut gegangen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Ja, aber beim nächsten Mal würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich nicht da vorher einmal einen Waschgang für das Garn einlege. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar habe ich mich hier unten spontan dafür entschieden, nachdem ich den Pullover schon fertig gestrickt hatte, das Ganze dann noch nochmal aufzumachen. Weil hier unten war, kurz bevor das Bündchen anfing, nochmal so eine Struktur aus rechten und linken Maschen. Aber die hat dann nachher dafür gesorgt, dass es hier unten nochmal so wurstig wurde. Und ihr könnt es jetzt hier oben auch so ein ganz bisschen sehen, dass es etwas wurstig liegt, wenn es jetzt hier so auf dem Bügel hängt. Und hier unten war das eben genauso. Und das sah gar nicht so schön aus, weil durch das Colorwork hat es sich hier etwas mehr zusammengezogen. Und wenn man dann ja eine Stricktechnik verwendet, die nochmal so ein bisschen mehr Fluff und Luftigkeit reinbringt, weil man rechte und linke Maschen miteinander kombiniert, dass es dann eben so wurstig ist, dann sah das gar nicht nett aus. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dieses Strukturdetail wegzulassen und bin direkt in das Bündchen gegangen. Und ich habe mich auch hier für ein etwas breiteres Bündchen entschieden, weil hier oben hatten wir ja auch ein bisschen mehr breiteres Bündchen. In der Anleitung steht tatsächlich drin, dass es hier oben, ich glaube, drei rechts, eins links oder so war. Und hier unten war es dann eben zwei rechts, eins links. Ich finde, das tut der Sache keinen Abbruch. Im Gegenteil, dadurch zieht sich das Bündchen hier unten ein bisschen schöner zusammen. Und macht insgesamt eine schöne Silhouette. Ja, das war also mein richtig schöner, bunter und sehr warmer Koivua-Sweater von Caitlin Hunter. So, Freunde der Garnkunst, und es geht schon wieder weiter mit einem beige-bunten Modell. Und zwar ist das hier der Sycamore-Pullover von Petite Knit. Im letzten Podcast habe ich euch ja den kläglichen Anfang von diesem Pullover gezeigt. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei Runden gerade fertig gestrickt. Also überhaupt nicht der Rede wert. Und schaut es euch mal an. Jetzt ist das gute Stück endlich fertig. Also, ich war selber ein bisschen erstaunt, dass ich so viel Biss hatte und richtig durchgeackert hat an diesem Pullover. Aber, wie gesagt, irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf dieses doch relativ raue Garn in Verbindung mit dem Moher. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für die Originalfarben entschieden. Ich hatte mir damals in einem Online-Shop ein Kit gekauft und habe dann die Farben entsprechend so kombiniert, wie die Mette von Petite Knit das vorgesehen hat. Das Einzige, was ich an der Konstruktion verändert habe, ist, dass ich eben keinen Rollkragen angestrickt habe, sondern, ja, ein Stehkragen ist auch nicht wirklich so ein Mittelding zwischen Stehkragen und normalem Rundhalsausschnitt, würde ich fast sagen. Ich habe hier oben auch ganz besonders bei der Aufnahme der Maschen darauf geachtet, dass ich hier die Zunahmen wirklich richtig schön hinbekomme, damit eben dieses Detail, das hier runterführt, dass ich ja nachher letztendlich den Halsausschnitt vorab einmal vorbereitet habe, dass das richtig schön sauber aussieht. Das war so das Einzige, wo ich sehr darauf geachtet habe. Ansonsten hat der Pullover hier hinten auch wieder so eine leicht überschnittene, Schulternaht. Ich habe mich für Größe 2 entschieden und der sitzt wirklich super. Aber das Garn, das ist irgendwie nicht so richtig meins. Also ich kann nicht damit warm werden. Ich habe ja meistens auch immer so dünne Kleidchen an. Das kennt ihr vielleicht von mir, wenn ihr schon länger meine Videos anschaut. Da piekst das doch schon ganz schön durch. Und auch so ein Long Sleeve kann die meisten Fasern nicht davon abhalten, mich so ein bisschen zu piesacken. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass dieser wunderschöne Pullover, der mir glaube ich auch ganz gut stehen würde, zu Weihnachten an eine ganz liebe Person zu verschenken, die diesen Pullover verdient hat. Diese Person, die diesen Pullover bekommt, ist ein bisschen kleiner und ein bisschen zarter als ich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr der Pullover auf jeden Fall gut passen wird. Und sie liebt auch richtig oversizeige Pullover. Von daher ist das, glaube ich, ein Match made in heaven. Das soll so sein. Und farblich würde er ja auch ganz wunderbar stehen. Ich hoffe, sie freut sich sehr. Ich habe sie schon mal gefragt, du sag mal, wie findest du denn diesen Pullover? Und sie sagte gleich, oh ja, der ist super schick, der ist ja toll. Oh, willst du den stricken? Das ist ja klasse. Naja, und zu Weihnachten wird sie sich dann hoffentlich sehr freuen, wenn sie das Päckchen öffnet und da dann dieser Pullover drin ist. Das Besondere an diesem Pullover ist ja eben, dass man hier mit japanischen verkürzten Reihen arbeitet. Hier oben habe ich irgendwie richtig Murks gemacht. Ich kam irgendwie mit dieser Technik nicht klar, die einerseits bei YouTube beschrieben wurde, aber in der Anleitung wurde damit so ein bisschen anders verfahren und ich glaube, bei dieser ersten Hin- und Rückreihe hat mich das etwas durcheinander gebracht. Bei den japanischen Reihen muss man ja die Wendemaschen immer mit einem Maschenmarkierer markieren und den Markierer darf man nicht zu früh entfernen, weil man ja nachher da wieder ansetzt, um mit der nächsten Farbe weiter zu stricken. Also, falls ihr diesen Pullover mal strickt, nehmt die Maschenmarkierer nicht zu früh ab, lasst sie ruhig noch eine Weile da dran, bis ihr dann nachher mit der nächsten Farbe ansetzt und die andere Richtung der verkürzten Reihen rausstrickt. Das kann ich euch an der Stelle nur empfehlen. Ansonsten habe ich mich mal wieder darin geübt, den italienischen Maschenanschlag zu machen. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe nur den italienisch abgekettet, und zwar am Halsausschnitt, an den Ärmelbündchen und hier am Körper. Und das ist ja wirklich super einfach. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich mich erst immer davor gesträubt hatte, irgendwie was abzunähen. Aber ich muss sagen, dass es wirklich richtig Spaß macht. Und es macht mir auch mehr Spaß, als so auf die herkömmliche Variante abzuketten. Also, falls ihr dann auch unentschlossen seid, probiert das einfach mal aus, je mehr Übungen ihr habt. Und es sind wirklich nur zwei, drei kleine Techniken, die ihr da beachten müsst, beziehungsweise Einstiche der Nadel. Das soll jetzt gar nicht kompliziert klingen. Und dann ist das wirklich schnell gelernt. Und der Effekt ist wirklich grandios. Ja, meine Lieben, ich habe euch ja schon kurz erzählt, dass ich das Garnpaket in einem Wollshop gekauft habe. Und im Nachhinein bin ich so ein bisschen traurig oder enttäuscht darüber, dass ich noch so viel Garn übrig habe. In diesem Wollshop konnte man sich zu diesem Projekt eine passende Größe auswählen. Und ich dachte mir, okay, in der passenden Größe wird man dann die ausreichende Menge bekommen. Und nicht mehr und nicht weniger. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich für meine Größe, die ich gestrickt habe, viel zu viel Garn gekauft habe. Ich bin eigentlich eher so ein Fan davon, wenn das gerade so reicht und nicht so viel übrig bleibt. Aber von diesen bunten Streifen ist doch noch eine ganze Menge übrig geblieben von diesem Isaha-Garn. Und zwar einmal diese kleinen Bubbels. Ich habe jetzt nicht gewogen. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Aber ich habe die hier halt übrig. Und das wird ja zusammengehalten mit diesem Silk Mohair. Hier ist auch noch sehr, sehr viel übrig geblieben. Das brauchte ich aber tatsächlich noch. Aber nur so ein paar Meter tatsächlich. Und das Isaha Spinny, das kommt ja immer in solchen Gebinden. Und man kann das Spinny in verschiedenen Gewichten kaufen. Entweder in 100 Gramm oder in 50 Gramm. Ich habe auch schon Woll-Online-Shops gesehen, wo man das Spinny wirklich auf 50 Gramm kaufen konnte. Weil in diesen Gebinden sind immer zwei Stränge A 50 Gramm drin. Wie ihr sehen könnt, hier ist noch der komplette Strang drin. Das sieht jetzt nur so komisch aus, weil ich das so da reingestupft habe. Aber das ist im Prinzip noch übrig. Und ja, habe ich dann am Ende auch zu viel gekauft. Ergo habe ich auch noch sehr viel davon übrig. Und das Gleiche betrifft dann natürlich auch die anderen beiden Farben. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit machen soll. Ja, habe natürlich dann auch zu viel Geld investiert. Wobei ich dachte, okay, wenn ich ein Kit kaufe, ist genau die Menge drin. Ich muss mir keinen Kopf machen. Ich muss nicht zu viel kaufen. Ja, aber da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass das nicht ein bisschen genauer kalkuliert worden ist von diesem Online-Shop. Wie gesagt, weil man das Spinny eben auch nur in 50 Gramm Strängen kaufen kann. Und das hätte ja allemal ausgereicht. Und auch von der Hauptfarbe habe ich einen kompletten Strang tatsächlich übrig behalten. Auch da sind zweimal 50 Gramm drin. Bei diesem Issa Herr Jensen habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber liegt da drüben. Ich kann es genau sehen. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man dann für so ein Pullover ja auch nicht gerade wenig Geld investiert und dass dann so viel Garn übrig bleibt. Ja, mal sehen, was ich damit anstelle. Auf jeden Fall habe ich jetzt persönlich gelernt, dass ich mir die Garnmengen in so Strick- und Wollkits einmal ein bisschen genauer anschaue und gucke, ob ich da wirklich genau diese Mengen brauche oder ob es nicht vielleicht auch ein bisschen weniger sein kann und dann mir das Garn dann eben selbst zusammenstelle, wie ich es dann am Ende brauche. Aber das nur dazu. Falls ihr euch mal für Wollkits interessiert, dann wäre mein Rat, schaut euch genau die Garnmengen an, die ihr braucht. Schaut euch die Mengen an, die in den Wollkits drin sind. Und natürlich kann es auch immer mal abweichen, dass man mal ein bisschen mehr von der einen Farbe braucht und ein bisschen weniger. Aber in diesem Fall war es ja jetzt irgendwie doppelt und dreifach und das hätte ja nicht sein müssen. Aber ansonsten bin ich sehr happy mit meinem Sikamore-Pullover von Petit Nett. Und das war es ja jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich bin richtig, richtig happy mit diesem Modell, aber es ist auch unheimlich viel Arbeit. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich im letzten Podcast gesagt habe, dass dieses Smogging-Muster damals so ein bisschen mein Endgegner war, als ich so einen kleinen Strampler für ein Baby stricken wollte. Damals wurde das Muster von unten nach oben gestrickt mit Abnahmen für die Raglan-Passe. Und ja, da bin ich irgendwie überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Und ja, habe das Projekt dann irgendwie wieder auf Seite gelegt und irgendwann aufgeribbelt, weil ich keine Lust mehr hatte auf dieses Smogging-Muster. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert das bei diesem Projekt viel, viel besser. Man fängt hier oben an, arbeitet erst den Rücken aus, dann die Schulter passen und fügt das Ganze zusammen. Und hier hinten könnt ihr schon sehen, dass ich einen Moment geistiger Umnachtung hatte. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was das hier für eine komische Konstruktion ist. Ich habe Vorder- und Rückenteil parallel angeschlagen, also nicht parallel, sondern nacheinander. Und habe hier eben nicht die Maschen für das Vorderteil rausgehoben, sondern habe komplett neu angeschlagen. Und musste dann nachher, das habe ich auf dieser Seite schon gemacht, das Ganze dann wieder zusammennähen. Denn dadurch sieht man jetzt hier eine relativ prominente Naht, die mich aber nicht weiter stört. Ja, aber so kann das kommen, wenn man nicht aufpasst, nicht? Ja, aber ansonsten bin ich schon relativ weit, bin auch ganz stolz. Habe aber auch schon eine Ewigkeit nicht mehr an diesem Projekt gearbeitet. Aber jetzt, wo ich es hier wieder so in der Hand habe, dann juckt es mir doch langsam wieder in den Fingern. Und ich will es jetzt endlich fertig stricken. Und ich bin hier auch schon dabei, den Ärmel weiter rauszuarbeiten. Und ihr seht schon, wie überschnitten auch die Schultern sind und wie breit die Ärmel wären. Ich dachte erst, um Gottes Willen, der Armausschnitt ist ja riesig. Muss das so? Ist das wirklich richtig so? Aber das ist tatsächlich so. Muss wohl alles so. So, 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 so. Und sieht am Ende doch dann nachher wieder ganz ordentlich aus, wenn der Ärmel dann dran ist. Und ich dachte, dann hätte ich den Großteil schon fertig, wenn ich die Ärmel schon dran gestrickt habe. Aha, aber nichts da. Das dicke Ende kommt zum Schluss. Und zwar müssen hier ja noch die Knopfleisten dran. Also einmal für die Knöpfe hinten im Nacken. Und dann für die Knopflochleiste natürlich auch noch. Und die Blende dafür wird im Doppelstrick gestrickt. Das heißt, man nimmt hier unten nachher wieder Maschen auf. Und strickt die dann nachher doppelt, 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 doppelt. Muss natürlich erst die ganzen Maschen hier aufnehmen. Und dann für jede Masche, ich weiß nicht genau, wie viele Maschen noch dazu anschlagen. Und die Maschenanzahl kommt dann dem Phantastitch-Schall ganz nahe, wo ich mir ja auch einen abgebrochen hatte, zum Schluss den I-Cord dran zu stricken. Ihr erinnert euch vielleicht an das Drama. Ja, das wird also noch eine ganze Weile dauern, bis der fertig ist. Also ich hoffe ja, dass ich ihn zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel wenigstens anziehen kann, wenn es nicht so warm ist draußen. Man weiß ja immer nicht. Wir haben ja auch schon mal Silvester im T-Shirt gefeiert. Daran kann ich mich auch erinnern. Aber gut, mal sehen, ob ich es bis dahin noch schaffe. Ich fürchte nicht, weil ich inzwischen natürlich wieder andere kleine noch Weihnachtsgeschenke stricken muss. Nicht muss, sondern möchte. Und deswegen, ja, kann ich wohl davon ausgehen, dass der dieses Jahr nicht fertig wird. Ja, das Garn, das ich verwendet habe, ist wieder von Sandnis Garn und zwar das Thin Pergint und das Isahe Silk Mohair in so wunderschönen Brauntönen. Ich finde die Farbkombination wirklich ganz wunderbar. Und das ist auch wirklich richtig schönes, kuscheliges Material nachher. Von innen ist es ganz weich und zart und von außen hat man dann dieses richtig tolle Strukturmuster, wobei ich schon ein bisschen Paranoid bin und Angst habe, dass ich dann mit diesen Schlaufen irgendwo hängenbleiben könnte und mir den ganzen Cardigan verderbe. Also da muss man an der einen oder anderen Stelle dann wahrscheinlich doch etwas vorsichtiger sein mit diesen ganzen Schlaufen hier draußen. Aber naja, das ist erstmal der aktuelle Stand zu meiner Jenny Wieacke von Petite Knit. So, Freunde, und dann komme ich noch zu den etwas kleineren Projekten auf meinen Nadeln. Und zwar war ich ja dieses Jahr mit meinem lieben Mann Hendrik noch im Spreewald unterwegs und da habe ich diese Socke fertig gestrickt. Und das sind die Wonderman Socks mit diesem ganz, ganz wunderschönen Muster vorne drauf, das doch ein bisschen Konzentration verlangt, aber nachher wirklich super schön aussieht. Und diese ganzen Verkreuzungen sorgen natürlich auch dafür, dass sich die Socken ziemlich gut zusammenziehen und nachher richtig schön kuschelig am Fuß sitzen. Also, falls ihr lieber lockere Socken haben wollt, solltet ihr euch überlegen, hier vielleicht eine größere Größe anzuschlagen. Und im letzten Podcast hatte ich euch, glaube ich, diese Socke schon gezeigt. Oder war die fast fertig? Ich weiß es nicht mehr. Die andere ist auch fast fertig. Also hier habe ich zumindest schon mal die Käppchenferse fertig gestrickt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier wieder meine Chiaogu Sockenstricknadeln verwendet. Das hat für mich wirklich das Sockenstrecken absolut revolutioniert. Diese winzig kleinen, super kurzen Nadeln. Aber ich komme damit ganz wunderbar zurecht und das macht wirklich großen Spaß, da mit Socken zu arbeiten. Ich hatte das Bündchengarn, war, glaube ich, aus einem Adventskalender von dem Studio C Podcast von der lieben Klara. Die hat ja einen Etsy-Shop und, ich glaube, letztes Jahr war es sogar, da habe ich von ihr diesen wunderschönen Adventskalender, also Garn-Adventskalender gekauft. Und da ist dieses Braun her. Und die Hauptfarbe ist Butter Pecan, hieß es, glaube ich, von Homespan House. Ein richtig schönes Fingering-Garn und die Farben sind natürlich der Knaller. Ja, finde ich persönlich natürlich sehr schön, nicht wahr? Ja, das sind sie also. Fast fertig. Man muss sich so ein bisschen konzentrieren, dass man die Muster hier richtig hinkriegt. Ich habe auch schon gesehen, dass ich in einer Runde falsch verzopft habe. Aber dadurch, dass das Garn auch so relativ wild ist und jetzt kein einfarbiges Garn ist, fällt das zum Glück nicht so auf, dass da ein paar Fehler drin sind. Aber Fehler machen Stricksachen ja auch zu Unikaten. Und solange es nicht wer weiß, wie doll ins Auge fällt, habe ich da jetzt nicht die Ambition gehabt, das zurückzustrecken. Aber die sind auch fast fertig. Mal gucken, ob die dieses Jahr noch fertig werden. Ich fürchte nicht. Und da machen wir doch gleich noch weiter mit den Socken, die ich für Hendrik gemacht habe. Der hat sich nämlich dieses Jahr zu Weihnachten selbst gestrickte Socken gewünscht. Und wenn der Mann sich was wünscht, dann ist das für mich natürlich sofort Befehl und mache ich natürlich auch sehr gerne. Und stricke ihm ein paar Socken. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, irgendwie frei Schnauze ein Projekt anzuschlagen. Und ich habe mich dafür entschieden, komplett durchweg ein 2x2 Rippenmuster zu stricken. Ich habe für seine Schuhgröße, er hat eine Schuhgröße 45, habe ich 68 Maschen angeschlagen mit einem ganz normalen Fingering Garn. Und ja, dann so ein bisschen nach Augenmaß gestrickt. Ich habe mich hier wieder für eine Käppchenferse entschieden. Habe dann hier hinten an der Ferse erst mal glatt gestrickt. Und habe hier unten erst wieder dann mit dem, ja, rechts, links angefangen. Ich fand das jetzt ganz okay und sieht auch ganz schön aus am Fuß, wenn dann nachher alles aufgedehnt ist. Und hier oben habe ich dann den ganz normalen Zehenabschluss wieder gearbeitet. Habe mir das hier nochmal wieder markiert. Vorlage zu dieser, ja, eigentlich relativ simplen Socke war, ich glaube, die DRK Everyday Socks von Andrea Mowry. Die sind, glaube ich, auch im 2x2 Rippenmuster. Die werden aber von unten nach oben gestrickt. Und haben dann hier an der Ferse auch diese wunderbaren Abnahmen mit dem 2x2 Rippenmuster. Das Garn, das ich verwendet habe, das ist übrigens der zweite, ist also fast geschafft. Das Garn, das ich verwendet habe, ist einmal hier oben Eichhörnchen oder Golden Oak, muss es gewesen sein, von Pearl & Knit. Die ja leider nicht mehr färbt, die liebe Annike. Und hier unten habe ich ein Garn verwendet, das aus einem Mystery-Sockenset von Homespan House kam. Ich glaube, es hieß Return to Hogwarts, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist also hier dieses richtig schöne Braun mit diesen ganz vielen verschiedenen bunten Sprenkeln. Und dazu dann eben dieses richtig schöne Zimtbraun. Fand die Kombi super schön. Und ich habe von beiden Farben jeweils einen 100g Strang. Und deswegen bekommt Hendrik eben nicht nur dieses eine Paar, sondern auch nachher noch das zweite Paar, wo das gespeckelte Garn nachher das Bündchen und die Ferse und die Zehen bildet und die Hauptfarbe nachher in diesem schönen Zimtbraun wird. Ja, das sind also Hendricks Weihnachtssocken. So, meine Lieben, zu guter Letzt habe ich noch ein bisschen, ja, New in Stash für euch. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Wolle geschoppt, obwohl ich das nicht wollte. Aber wem erzähle ich das? Ich glaube, jeder von uns hat es sich schon mal vorgenommen, keine Wolle mehr zu kaufen. Und ja, das dauert dann nicht lange und dann kommt schon wieder was Neues in den Postkasten geflogen. Aber es ist ja nun mal eines der schönsten Hobbys und der schönsten und buntesten Hobbys, die man sich so vorstellen kann. Jedenfalls finde ich das. Und ja, habe da auch kein schlechtes Gewissen, wenn da mal wieder das eine oder andere bunte Garn bei mir einziehen darf. Zuletzt habe ich mal wieder bei Katinchen zugeschlagen und habe mir hier dieses wunderschöne Socken-Set von ihr gekauft. Das schreit doch richtig nach guter Laune. Das ist ein wunderbares Fingering-Garn mit ein bisschen Gold-Stelina drin. Einmal in dieser knallig-bunten Variante und dann mit diesen zwei wunderschönen Strängen, dieses goldfarbene und das richtig knallige Pink. Wir haben hier 75% Wolle und 20% Nilo und ein bisschen Polyacryl und Polyester sind drin für das Gold-Stelina. Ja, die wunderbare Färbung heißt Christmas Morning und ich finde gerade jetzt bei diesem grauen, trübsalblasenden Wetter, ja, ich weiß, ein Wetter kann ich trübsalblasen, aber ich schon und ich schiebe es aufs Wetter. Deswegen dachte ich mir, da muss richtig schöne, bunte Wolle her. Und die ist einfach ganz, ganz toll. Ich war ja schon immer ein Riesen-Fan von Kartinchen. Meine handgefärbte Garnesucht hat ja damals auch mit den wunderschönen Garnen von Kartinchen begonnen. Und da habe ich jetzt mal wieder richtig zugeschlagen und mir diese knaller Farbkombi besorgt. Finde ich einfach super schön. Und da stricke ich dann vielleicht sogar am Weihnachtsmorgen dann für mich ganz persönlich neue Socken an. Es gibt ja unheimlich viele wunderschöne Sockenprojekte, die ich auch schon ganz lange bei mir in meiner Ravelry-Liste drinne habe. Und ich denke, da werden wahrscheinlich mal Blueberry-Waffle-Socks draus. Da kommt dann auch dieses wunderschöne, bunt gespeckelte Garn dann richtig schön zur Geltung. Dann bin ich bei Etsy mal ein bisschen unterwegs gewesen und bin über den Shop Nitteriki gestolpert. Und die liebe Inhaberin, ich glaube Nicole heißt sie, stell doch mal scharf, da wo haben wir es, hat wunderschöne Garn-Sets, ich habe jetzt hier einmal die Banderole so in der Hand, weil ich so viele Garne in der Hand habe, dass die Banderole da gar nicht drum passt. Und zwar ist das dieses wunderschöne Socken-Set. Und sie hat wunderschöne Socken von Ducati da mit gestrickt und als Beispielbild bei sich im Shop gehabt. Und da war ich schockverliebt, was diese Farben angeht. Und die sind so komplett der Kontrast zu dem, was ihr gerade gesehen habt. Also richtig moody und dunkel und mystisch fast und wunderschön. Ich zeige es euch hier einmal im Bildschirm, welche Socken sie gestrickt hat und welche Socken ich auch gerne damit stricken möchte. Ja, und dieses Socken-Set konnte man eben bei ihr im Etsy-Shop bestellen. Sie hat auch zu Handstulpen auch wunderschöne Färbung gemacht. Und als alter Herr-der-Ringe-Fan sehe ich hier drin natürlich die Farben von Legolas, meinem liebsten Charakter fast von Herr-der-Ringe. Man soll ja seine Babys nicht immer bevorzugen. Ich finde sie alle toll. Aber die Grundfarben von Legolas und seinem Erscheinungsbild sprechen mich einfach am meisten an. Meine Lieblingsfarbe ist einfach grün. Und das hat man hier ganz wunderbar vertreten. Einmal die verschiedenen Grüntöne, dann das dunkle Grau und natürlich die blonden Haare von Legolas. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen nerdy gerade, aber das ist mir sofort ins Auge gesprungen und die Farben fand ich ganz klasse. Und ich dachte mir, in dieser Kombination muss ich unbedingt auch die Zeitlose von Ducati strecken. Ja, der Shop heißt Nidereki, könnt ihr, glaube ich, auch noch bei Etsy finden. Sie hat draufgeschrieben, dass sie wirklich immer nur ganz kleine Chargen färbt. Also, wenn ihr Glück habt, ist vielleicht noch ein Set da in dieser Farbe. Aber wenn ihr den Shop ein bisschen beobachtet, dann glaube ich, dass die liebe Nicole ja vielleicht irgendwann nochmal färbt und dann wieder ganz wunderbare Farbkombinationen bringt. Dann habe ich noch zwei Bücher für euch im Angebot und zwar das erste Buch. Da geht es um wunderschöne, kunstvolle Tücher von Bärbel Saalet, glaube ich, heißt ihr Nachname. Ich hoffe, liebe Bärbel, ich spreche deinen Namen nicht falsch aus. Falls du zuguckst, hallo. Und die liebe Bärbel hat mir letztes Jahr angeboten, dass sie mir ihr neues Buch Kunstvolle Tücher zuschickt. Das habe ich nicht selber gekauft, das hat sie mir geschenkt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich hatte schon reichlich Gelegenheit, mal durchzublättern. Und Leute, also das ist wirklich eine Garnkünstlerin par excellence, was diese Frau an Tüchern gestaltet hat. Und die Farbverläufe und die Farbkombinationen und die Farbmuster. Es ist der absolute Knaller. Und ich glaube, auf dem einen oder anderen YouTube-Kanal von uns Podcastern habt ihr dieses Buch vielleicht schon gesehen. Es ist wirklich wunderschön. 15 wunderbare Tücher könnt ihr bestaunen. Und ich glaube, als ich in Düsseldorf auf der Wollmesse war, ich glaube, da muss es gewesen sein, da habe ich ihre Tücher mal so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen, weil an diesem Stand waren immer ganz viele Menschen. Und ich bin ja sowieso immer so ein menschenscheuer Typ, man mag es nicht glauben. Aber es ist wirklich so. Und bin dann eben nicht so direkt hingegangen, obwohl mich diese Farbpracht so angezogen hat. Ja, und jetzt könnte ich, wenn ich wollte, selbst ein paar dieser wunderschönen Modelle stricken. Die Bärbel hat hier vorne auch reingeschrieben, dass sie verschiedene Farbkits anbietet, die man bei ihr bestellen kann. Ich habe aber auch in meinem Garnlager mal geguckt und ich habe so viel, unheimlich viel Holzgarn. Super soft und ich glaube, da könnte ich das eine oder andere Projekt draus stricken, weil das ist wirklich richtige Garnkunst. Und das sage ich nicht, weil sie mir das Buch geschenkt hat, sondern weil ich es wirklich vorher schon als solches empfunden habe, was sie da so auf die Beine gestellt hat. Das ist wirklich wunderwunderschön. Darin kann man sich auch ganz wunderbar einkuscheln. Ja, und wenn mein Geduldsfaden nicht so kurz wäre, dann würde ich bestimmt auch mal eins dieser traumhaften Tücher anschlagen. Man soll ja niemals nie sagen. Ich hätte ja auch im Leben nicht gedacht, dass ich mal einen Stephen West Schall stricken würde. Und das war schon eine wirklich große Herausforderung. Aber da ich eben auch so gerne Colorwork stricke, könnte ich mir das wirklich richtig gut vorstellen, mal eins ihrer Werke nachzuarbeiten. Ja, aber wenn das was für euch ist oder falls ihr jemanden kennt, der gerne Colorwork und große Tücher strickt, dann ist dieses Buch hier auf jeden Fall ein ganz besonders schönes Geschenk. Und last but not least habe ich noch ein schönes Buch für euch. Und da geht es natürlich auch ums Thema Stricken. Und zwar bin ich so gefühlt jedenfalls die letzte Person, die Mooch & Friends besorgt hat. Dieses wunderschöne Strickbuch mit diesen ganz niedlichen kleinen Strickfreunden drin. Allein das Bild sieht schon so kuschelig und gemütlich aus, finde ich. Und ich konnte jetzt letztendlich doch nicht mehr widerstehen und habe mir das Buch besorgt. Und ich finde die Motive bzw. diese kleinen Stricktierchen wunderschön und kann mir durchaus sehr gut vorstellen, mal das eine oder andere daraus zu werkeln. Und hier sind natürlich auch wunderbar richtig süße Bekleidungsstücke drin, die man den kleinen Freunden dann anziehen kann. Und ja, vielleicht komme ich irgendwann nochmal in die Gelegenheit, so einen süßen Begleiter, so ein süßes Kuscheltier zu werkeln. Deswegen musste dieses Buch auf jeden Fall noch mit. So, meine Lieben, und damit haben wir es auch schon wieder. Mann, das war ja mal wieder eine Hammerfolge. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Sachen ich doch immer so stricke. Und wenn ich so einen Podcast vorbereite, wird mir erst mal bewusst, an wie vielen Sachen ich tatsächlich so gewerkelt habe und was ich alles so am Tage oder so im Alltag gar nicht wahrnehme. Aber es ist wirklich eine große Menge. Und für mich ist Stricken einfach die beste Therapie. Wenn ich gestresst bin oder wenn es mir nicht so gut geht, dann nehme ich mir die Nadeln her und ein schönes Garn und stricke drauf los und kann dann die Welt um mich herum ganz wunderbar vergessen. Und ich denke, vielen von euch geht das wahrscheinlich auch so. Und deswegen ist es einfach das tollste Hobby der Welt, oder? So, jetzt muss ich mich aber wirklich ranhalten und die letzten Weihnachtsgeschenke noch fertig stricken. So viel Zeit ist ja gar nicht mehr bis Weihnachten. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Handarbeitszeit, egal was ihr macht. Ob Stricken, ob Häkeln, ob Nähen, ob Sticken. Es gibt ja so viele wunderbare Sachen, die man mit Nadel und Faden machen kann. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Falls wir uns vor dem Jahreswechsel und vor Weihnachten nicht mehr sehen, falls ihr Weihnachten feiert, wünsche ich euch eine ganz wunderbare Dezemberzeit, eine wunderbar schöne Adventszeit, die ja für alle, die Weihnachten feiern, jetzt kommt. Und ja, ich freue mich auch schon sehr. Bei uns ist noch geplant, ein Lebkuchenhaus zu basteln. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, im Kindergarten haben wir mal eins aus Knickebrot gemacht. Mit so Smarties drauf und so. Daran kann ich mich ganz dunkel erinnern. Aber so ein richtig echtes Lebkuchenhaus, da haben wir uns mit Freunden verabredet. Und die haben auch eine kleine Tochter. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf, mit denen zusammen dann so ein schönes Weihnachtslebkuchenhaus zu basteln. Und zu backen natürlich. Also das Ganze soll natürlich essbar sein. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Bis zum nächsten Podcast. Dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Lass es euch gut gehen. Genießt alles, was ihr so handarbeitet. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich auch im nächsten Video wieder nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Geduld. Und dass ihr immer so gespannt auf ein neues Video wartet. Und so zahlreich einschaltet. Das freut mich immer sehr. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Es kommen auf jeden Fall neue Videos. Ich weiß nicht genau wann, aber sie kommen. Und ja, ihr würdet dem Kanal damit sehr helfen. Wenn ihr einfach auf Abonnieren klickt. Das kostet euch nur zwei Sekunden eurer Zeit. Würdet mir aber sehr damit helfen. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne bei Instagram folgen. Da bin ich auch nicht so aktiv. Aber hin und wieder poste ich mal was. Hey. Ja, ansonsten alles Gute, alles Liebe für euch. Und bis bald. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020